Mein Name ist Maria Rabel und ich leite den Studiengang Betriebswirtschaft online. Ein Betriebswirtschaftsstudium öffnet Ihnen viele Türen und bietet Ihnen tolle Karrieremöglichkeiten. Wenn Sie allerdings bereits im Berufsleben stehen, dann kann es sehr schwer sein, ein traditionelles Studium mit Ihrer Arbeit zu kombinieren. Mit Betriebswirtschaft online bieten wir Ihnen die Möglichkeit und die Flexibilität, die Sie brauchen, um Arbeit und Studium und vielleicht sogar Familie miteinander zu kombinieren. Gleichzeitig bieten wir Ihnen mit unseren wöchentlichen Webinaren und unseren regelmäßigen Deadlines aber auch die Struktur, die es braucht, damit Sie Ihre Ziele ohne große Umwege erreichen. In unserer Lehre sind uns eine hohe Praxisrelevanz und eine internationale Ausrichtung sehr wichtig. So bieten wir dieses Programm beispielsweise auch auf Englisch an. In den höheren Semestern können Sie dann je nach Ihren individuellen Interessen zwischen verschiedenen Wahlbereichen auswählen. Genauere Infos dazu und auch zum Bewerbungsprozess finden Sie online. Wir freuen uns auf Sie! Bis zum nächsten Mal!